Hallo Leute, Tomo ja wieder hier und es geht wieder weiter mit Kirby und wir fliegen noch immer mit dem Ufo rum und ich will dieses scheiß Bienen nennen und sagen ja stirbbiene alle Bienen vernichten alles totgemacht ja ich bin nicht gerade insektenfreundlich ich muss Bienen sagen ganz viele Bienen einzahlen kommt ihr lieben Bienen ich will euch nur einsaugen und Synergie umwandeln kommt 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 gut und hier fand ich mich wieder zurück denn hier ist es ja schon vorbei und wir sind hier bei diesem feld da aber das roten ja wie gesagt wir haben besitzt dann können wir auf das stellen und damals ist alles gut okay und wir haben 12 alle drei teams hier gefunden will ich nicht gut Ufo und Herr Klangberg dieses ding brauche ich wahrscheinlich um in die nächste Welt zu kommen also muss ich entschöhnend über ein bestimmtes item sammeln oh man was für ein Dingensbums was für ein Dingensbums ich weiß nicht aber was sein was das Wort jetzt im Moment heißt aber mir egal das ist nur Kirby Prinz Flach Lord Kirby ihr seid noch immer hier auch gut dass ich euch getroffen habe ich bin ja ich bin ich habe ein Problem und könnte ich euch für auf eine Hilfe und Hilfe bitten ihr klar auch danke so wie immer laut Kirby deine großzügigkeit wird nicht unbelont bleiben oder irgendwie so in der Art keine Ahnung egal er kann keine neuen Mieter finden es ist der markt ja das wundert mich nicht so viele arbeitslose wie wir heutzutage haben da kann sich kein schwein meine eigene wohnung leisten ok ok wenn man den platz mit den ort einrichten würden dann würde es sich eine mitte anregen ich erst froh zu hören dass ich also schau dir dieses foto an ok ja könntest du mir den fahrern tun und den raum zu einrichten ja kann ich blablabla möbeln ja der typ will dass ich jetzt meine möbeln meine möbeln die ich gefunden habe die ich meiner wird meine auf eine suche gefunden habe nehme und auch nichts muss ich ok ja ich will da aber ich muss was rausnehmen ja 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 gib mir dieses was wir haben das blumensofa bams und dann will ich noch diese blumenuhr und stehe sie ja ja und wir haben genug gemacht anscheinend gibt meine batterie ball das ja also nach diesem hat ist dann wird der schluss ok gute arbeit dort körbe nun müssen wir jemand finden der blumen liebt ja wie ich weiß dass meine habt ihr irgendwelche zimmer wo du hast du hast geschafft dort körbe ich kann nicht sagen ich kann mich nicht ausdrücken wie dankbar ich bin dafür ja ich rede schwachstuch sind mir ist nirgends deutsch daher du kannst nun mit einem freund spielen drücke nach oben und freunde drücke nach oben und freunde zu nein ich will nicht mit diesen typen spielen tschüss ich verziehe mich tschüss tschüss mann ok ich glaube die sieg heißt der typ sieg ist eingezogen jetzt neben mir mein neuer nachbar und ich kenne diesen typen nicht mal aber trotzdem ist er schon mein freund ja und ich glaube ich muss hier irgendwo diese uhr einsetzen da drüben die setzt sich hier automatisch an mich ab mich 1 drücke und wach auf du scheiß dingen scherz bia und er schläft wieder ein aber unsere tür ist offen und wir gehen jetzt in diese wälder vor uns schulern egal hat das ist egal einfach weitergehen und nicht danach achten ein spieler wird geladen bitte war ich bin tango curvy tango curvy ja die für mich sitzt tango curvy denn er sieht aus wie ein tango curvy deswegen werde ich ihn ja auch als so eines behandeln okay dieses ding ich benutze dieses ding um darauf zu kommen und den schatz zu kommen den regenbogen aneinander und dann bekommen wir hier das ding und ich will diese roche dinge haben und ich bin ein autor und ich springe hier drüber dieses ding will mich endlich auf und du musst sterben cool ich will hier friss verdammt hat nicht funktioniert ich will meine robin nein meine robin nein meine Edelsteine meine hart erkämpften Edelsteine vor was sollen meine baby tangos jetzt leben ich war baby tangos zuhause die ich ernähren muss ja scherz beiseite was soll der scheiß warum kommen der monster aus ok da oben sind jetzt solche dinger schienen die ihr nervt ich will den sterben ich will den sterben gut ich hab den sterben kommt man der typ nervt stirb für mich stellen wir haben und wir kommen in die andere ja wir werden zu bingo in tango curvy und wir surfen und ja wir sind episch ja ich verstehe es funktioniert gibt stoff und wir machen aber cooles dann ja episch und wir sind körbe und wir dürfen sich untergehen lassen und wir sind damit das ding halt und jumpen und ja und ja und ja und ja ja verdammt versehen ja ja verfehlt fehl und ja verdammt ich habe dieses ding nicht erwischt und 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 wir haben eine weitere und 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 was das für das ziel ja verdammt schlecht egal blöbel 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 ich habe nicht alle items gesammelt ich habe nur eines gefunden den Regenbogen ja ja egal ich hoffe der Regenbogen reicht aus du hast den Bohnen den ganz Bombs gefunden ja habe ich den Bohnen den und ich äh wohin und Bohnen sprieße Bohnen und ich gönn mir einen Keks ja wir haben noch Zeit also gehe ich da noch ein mal schauen ob ich die Welt noch ah oh mal schauen ob ich die Welt noch ach ob ich die Welt noch schaffe oh man stirbt stiere bitte was war das für ein leck ich muss jetzt dann aufhören unter die könnte denn hier leckt es bis zu geht nicht mehr nein ich darf nicht runterfallen ich bin körbe aufschlafen es lag verdammte scheiße und ich bin runtergefallen mit den leiden ein bisschen geht es noch aus nein du willst die da oben fließt sich nicht auf denn die brauche noch aber den typen da nein ich will zuerst darüber ich will zuerst will ich darüber ok 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 du schaue macht dich fisch meins und ich will diese schatztruhe haben dieses komische dingen star ich bekommen jetzt auf zu sterben stirbt luftballon type ok denn luftballon typisch was bist du denn fehler ok den typen nutzen wir gleich noch mehr aus und da hoch zu kommen ok und wann warum komme ich nicht hoch ob voll zerspladert ich meine er zerquetscht dann hüpfen wir mal auf den typ drauf was wie der typ von mir kommt ah nein doch noch nicht ich dachte ich wäre tot wenn ich keine kristall mehr habe ok warum kann ich die dinge da nicht einsammeln kann körbe hier überhaupt sterben der typ nervt wie kriegte typen besiegen so vielleicht bäms und noch mal bäms so viel zeit haben wir noch ich glaube ich schaffe die welt eh nicht mehr ich glaube die wird noch mal anfangen ich schaue mich aber noch mal noch ein weilchen um aha aha so funktioniert das also jetzt kann ich die dinge da holen und da oben kann ich wieder raus ich schaue und sagen da kommen die typen raus die mich da hoch fliegen ok da oben ist doch seine ninja entity zerstören mir noch und ja ich würde sagen ich mache hier schluss und beim nächsten mal sehen wir uns genau hier wieder nur habe ich dann die welt noch mal gespielt denn ich fange noch mal dann damit ich ja nicht zu geste gut leute beziehungs beim nächsten mal mit Körbe Tomoya verabschiedet sich von euch bis zum nächsten mal Ciao